Wer sind wir? Wir sind niemand. Unsere Mission lautet, außerirdische Aktivitäten auf der Erde zu überwachen. Flacco! Du weißt, du hast nördlich der Canal Street nichts verloren. Wer ist Flacco? Hey, reg dich ab, du Penner. Die suchen mich und nicht dich. Verrückt, nicht wahr? Zwei erwachsene Männer reden mit einer Wand und die Wand antwortet. Echt verwirrend. Aber hey, mach dir mal keinen Kopf. Schadensmeldung. Zugriff verweigert. Es gibt da draußen Dinge, die musst du nicht wissen. Als du mich rekrutiert hast, bist du mit einer anderen Lüge gekommen. Ich hatte dir nur die Geheimnisse des Universums versprochen. Was für andere Geheimnisse gibt's denn sonst noch? Kay! Kay! Ich suche nach Kay. Haben Sie ihn gesehen? ein mürrischer, älterer Gentleman. Er lächelt in etwa so. Kay ist mehr als 40 Jahre tot. Hier, nimm das. Jetzt musst du nur noch springen. Was? Ich soll springen? Ein Sprung durch die Zeit. Was? Kay? Woher kennen Sie meinen Namen? Untertitelung des ZDF, 2020